Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Beatrice Eckley abgemagert, nach der Geburt ihrer ersten Tochter, glücklicher Florian Silbereisen. Neu voller Bilder von Beatrice Eckley abgemagert, die wegen vieler verschiedener Dinge die Aufmerksamkeit vieler Leute auf sich zieht. Was denkst du, wenn du Beatrice Eckles Abmagerung siehst, vielleicht stand sie zu viel unter Druck und viele herzzerreißende Ereignisse? Ja, Beatrice Eckley liegt derzeit im Sterben und zeigt Anzeichen einer Depression, ja, Beatrice Eckley leidet unter viel Druck und Leben. Nach vielen Skandalgeschichten um Liebe und Druck von Florian Silbereisens Familie. All dieser Druck hat Beatrice Eckley das Gefühl gegeben, festgefahren zu sein. Sie hat viel nachgedacht, jetzt wird Beatrice Eckley von vielen Ärzten im Krankenhaus in Beklin betreut. Beatrice Eckley hat auch ihre Schwäche in Bezug auf den Druck bemerkt, dem Beatrice Eckley ausgesetzt ist, was ist ihre Meinung, bitte hinterlassen sie ihre eigene Meinung in den Kommentaren unten. Wir Fans und Follower von Beatrice Eckley derzeit, wir glauben, dass Beatrice Eckley die aktuellen Schwierigkeiten überwinden kann, damit Beatrice Eckley die Vorfreude des Publikums verwirklichen kann. Derzeit gibt es viele Medien, die Bilder von Beatrice Eckley in den Medien geteilt haben. Als Florian Silbereisen diese traurige Geschichte hörte, war Florian Silbereisen sehr traurig und Florian Silbereisen traute seinen Augen nicht. Als wir das Bild von Beatrice Eckley abgemagert sahen, glaubten vielleicht viele Zuschauer nicht, dass dies stimmte, und das machte uns sehr traurig. Als er diese Nachricht hörte, war der Pfarrer auch sehr traurig, denn Beatrice Eckley ist ein Mensch mit einem toleranten Herzen und liebt es, sich immer um seine Umgebung zu kümmern. Wenn Sie der Meinung sind, dass unsere Kommentare richtig sind, hinterlassen Sie bitte Ihre eigenen Kommentare unten im Kommentarbereich. Wir können diese Wunder in diesen Wundern in den nächsten Videos sehen. Auch Helene Fischer war sehr traurig, als sie ihr Glück und ihre Liebe erkannte, vielleicht lassen uns diese Dinge die Liebe des Publikums erkennen. Bitte hinterlassen Sie unten einen Kommentar, damit wir den Inhalt verbessern können. Ich wünsche Ihnen Momente der Entspannung und des Spaßes. Wir sehen uns morgen mit den neuesten Nachrichten.